ja ob ich jetzt Prozent keine Videos kann bei mir weil bei mir er hat eigentlich noch Videos von Reckwitzel Essen lassen sich nicht schneiden also ich hab's geschnitten aber dann hab ich es wie angeguckt nach drei Minuten oder so hat er erst mal bis zum Ende gehangen also so ein Bildfehler oder was ja irgendwie sowas hat er hat die ganze Zeit gehangen okay aber ein anderes Bild halt kann mir jemand sagen wofür fickt ihr noch mal Clay ist es gibt's doch gar nicht kurze fix jetzt hab ich sogar schon Karotten gefunden ja ich hab auch schon Karotten gefunden jetzt häng ich... jetzt fängt's von mir an zu lecken und du leftest scheiße und ich hab auch nicht... ich hab auch nicht ein Pilz ich sag dir eins ich sag dir eins wahrscheinlich hab ich jetzt Clay gefunden und der tut mich jetzt rausschmeißen damit ich's ja nicht finden kann mal rein und dann Clay ich hab wieder in der Schlucht noch gegen in Alter ich seh grad da von euch einen von euch voll weit ein bisschen weit Mystery Ghost hab ich grad gesehen das ist... das ist... das ist ja... das ist ja bei dir ne ne... Manukui muss grad seine Sachen holen ne... ich hab meinen Zeug schon so... ja gut weil ich weiß... ich weiß nicht ob's... bei diesem Texture Pack hier... die spawnen also... bei diesem Texture Pack ja... das ist... äh... modpack modpack ich hab schon wieder Karotte gefunden und ne... und... Karottensamen ja die bauen wir dann zum... und Reissamen und Stroh 34 hab ich weißt schon... wir haben so viel verschiedene Essensarten ne... aber nicht ein bisschen Clay ja wo's das denn? das ist ja... das war fragwürdigermaßen 치iuzt... vielleicht... 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 blicken wir eine ganze... vielleicht... eine ganze Innere mit Clay drau... weißt du? eh? ich kenn mal... die ganze... die ganze Insel besteht einfach nur aus Clay da mein ich ja keine Bäume... nur... Clay ja also genau in die Richtung... ok... gott warum? was ist los? da waren wir noch nicht das geht zwar in den Grundspawn wieder rein aber ich glaube da ist ein Clay mal zu euch ich hoffe du hast recht weil es ja auch langweilig zuzuschauen werden wie die ganze Zeit nur Clay suchen Klee! Klee! Hallo! Ich suche jetzt mal alles so lustig also wenn ihr ne gelbe Blume seht in die Kommentare schreiben JETZT JETZT ich liess immer noch nichts die kapieren es nicht oder? JETZT sollt ihr schreiben Klee! nicht im Video, JETZT schonmal schreiben also JETZT um 11.30 am 4.8 sofort in die Kommentare schreiben ne? Stream anmachen Stream anmachen Schreibt es mir über alles wo ihr Clay seht Alter ich leck grad extremst JETZT Ja seh ich grade Alter was geht ab? Äh was wir machen könnten Schlucht gefunden immer noch kein Clay Das wär doch mal ne gute Idee Könnten ja? Bis dann nicht da stimmt der auch wieder vielleicht nächste Woche oder so Könnt man ja zusammen so ne Livestream machen über hier über das Montech irgendwie so Ich will eigentlich ähm Dings ähm Winkelwinkel Let's Play und Livestreams nicht zusammen bringen Ja ich meinte nur wie das Clay Ich meinte nur wie das Clay Ich meinte nur wie das Clay Ich glaub eh ich weiß noch wo Clay ist Weil ich bin ja über die Welt geflogen und hab einen neuen Spawnpunkt gesetzt Weil wir im in Jetzt sind wir beim Schnee vom Anfang Genau und da glaub ich wenn du jetzt dann rechts bist Da müsste dann irgendwo Clay auftauchen So rechts Auch Hey Oh scheiße es wird dunkel Ja ich hab ne Fack jetzt umlaufen Also ich auch Was wenn ich laufe dann nec Dann läuft das Oh Mal rennen dann hier Echt? Ich sehe hier nix mehr Bei mir ist dann nichts geladen Wir lädt das grad auch mit langsam nach Aber ich schau mal nach da drüben Es muss Es kann doch nicht sein dass hier nichts ist oder? Meine Güte irgendwo müssen wir doch Clay finden So jetzt teilen wir uns auf und jetzt suchen mal Ausschwärmen So zur Zeit Wir laufen ja jetzt grad auch nur zusammen Guck mal Er will so Er will so zwei Blöcke hoch sprengen Ich bin ja Mal lieber da lang Clay Was? Ich hab Clay gefunden Nice Aber ich werde Von Hinter dir! Zombies! 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 Ich hab Clay gefunden Jawoll Ich werde konsumieren Ah endlich So dann werde ich jetzt Und Creeper Meine Stein Ich seh noch nichts weil mir rennt der nicht Wo bist du? Hier Alter was? Ethan Lauf 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 Leute Alter wir haben eine ganze Rüstung alter. Was geht denn hier ab? Es ist flach und wir haben Clay gefunden. Ich kann nicht mal rennen, 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 rennen. Hilfe, Hilfe. Holy shit. Aber da wo ich gestoppt bin ist Clay. Aua. Ja ich glaube ich habe es eingesammelt. Ich habe Licht gemacht. Du bist da oben. Alter lauf. Ach weil ich nicht dieser richtige Monster. Ich weiß. Ich habe mir Licht gemacht. Ich gehe auf die Schnee, seit dem Wasser ist. Hä? Äh was? Ich komme nicht hoch. Hä? Ach so kommt man hoch. Holy shit. Was geht da ab? So. Clay ist fötlich. Clay ist fötlich. Ja nacht ist es fötlich und vor allem es leckt. Bei dir leckt? Bei mir läuft alles ganz flüssig. Bei mir habe ich gerade so extreme. Oh Gott da ist auch noch eine Spinne. Wollte mich jetzt verarschen? Da sind zwei Spinnen. Oh Gott. Drei Spinnen. Oh Gott. Oh. Wollte ich mich verarschen? Hallo? Super ich habe auch noch einen Enderman auf mich aggro gemacht. Der will nicht mal wieder hoch gehen. Jetzt geht aber hoch Junge. Hast du mein Zeug eingesammelt? Nein habe ich nicht. Der wird ja wenig hoch gehen. Naaaaaaaaaaaah. Holy shit. What the fuck? Lauf. Lauf. Ahaaa. Renn. Rennschlampe. Renn. Ach sag das mir bitte. Wie ist ein Enderman hier? Drei Spinnen? Fünf Creeper? Mystery Ghost, warte auf mich! Ich rede auch. Der Ghi weg. Kieler schau mal schau mal zu deiner Rechten ich hab' ich hab' ich schon gesehen ey ich hab' Kürbis gefunden oh Gott schau mal wie viele Leute wie viel Viecher beim Spam da sind ja die bewachen den Clay Alter leck mich ja mach ich hab' ich Kläger, ne die die Wächter des Clay's ja ich hab' das äh das Clay hab' ich nicht angesammelt oh Gott Dein Clay hab' ich auch gar keins gehabt ich hab's nur gesehen ja ich hab' auch nicht angesammelt ein monsterisch viele Monster waren weiß der ja und tschüss wo ist denn der Ghost? da ist der Ghost ist grad einer von euch safe nein hier sind auch wieder so viele Zombies Drei Zombies oh Gott schau mal wie viel es ist ja wir arbeiten hier grad ne wir haben Zombies am Heiß und wir sollen schauen wie flur es ist ja hinter den noch ein Zombies hinter den noch ein Zombies Alter Alter Hol Gott der ist schau mal ja mal es meint eindeutig nicht gut microwave doch der Ort der Bude ja der Kürbis also ich hab zwei mal seit vier ich hab drei mal kassentiert er ist der Blut die Hände kommen nicht aufsetzen Romano und er ist sie da kommt noch ein Zombie er hat das noch nicht genug ja ich trinke jetzt mal was wenn das gehen würde ne das ist das ist äh das ist ja bei Salzwasser wenn ihr mir folgen würdet nein eindeutig nicht ja Fassagen ich hab gerade Fassagen getötet geflügelt ja so Bond dann wird er dort du bist genial es kann verderben das Zeug vor sich zum Beispiel der Gart und noch ein Zombie ja dann tun wir den ja ich nehm den da du nimmst den anderen ihr habt all mein Zeug eingestellt oder? ich musste fliehen ich hatte so viele Zombies am Hals dass ich überhaupt nicht wollen wir versuchen uns nach drüben durchzuschlagen ja warte ich hole noch die Fackeln mit ja gib mir auch mal bitte ein ich hab sonst kein Licht ich hab nicht alle schon weil ich hab beim Clay schon überall Fackeln platziert trotzdem sind wir tonnenweise Monster aber spawnen keine neuen nach dass du schon mal vorteil hast hier äh hier äh ne wir gehen das los zu den Monstern dass wir durch, dass wir durch da gehen ja jetzt schwimmen wir mal durch Hilfe aber da würde er irgendwie so rum wir kommen nein hier ist Gefahr Elite-Truppe unterwegs ein Zombie verfolgt euch oh fuck oh leck mich sogar die war so oh shit die die kriegen ja gar kein au oh scheiße 40 Leben 40 Leben noch ich tauch ab ich auch ich auch ich hab genau noch 54 55 Leben wollen wir da hinten auf die Insel gehen? ja gehen wir mal auf die Insel da oh Gott das ist auch Monster aber naja egal das sind scheiße viele Monster Insel nein ich würd sagen wir bleiben einfach im Wasser bis alles vom Früh oder was? ja bis früh oh Gott in die Insel ausleuchten sind nicht viele Monster das wollen da keins mehr da ist jetzt ein ich kümmere mich nicht um den Zombie ich hab noch genau das 71 Leben ich bleib jetzt hier ja wir haben es schon 3 Uhr das heißt es geht gleich die Sonne auf ja bleiben wir hier bleiben wir hier bleiben wir hier bleiben wir hier ok aber Monster da kommt sowieso grad ein Zombie zu uns warte man okay hi siehst du auch da hinten immer das eine Skelett das Schaden kriegt weil die die Skelette sich gegenseitig beschießen ja ich hab ein Beef ich hab ein Pferde Beef hey war noch viel nach vorne wobei ich weh drücke ich was geht YOLO los vor ich hab mich schon wieder ich bleib hier hast du seine Sachen eingesammelt? ja gut ich hab grad mal 90 Leben ja ich hab 232 irgendwie schon traurig wenn man weiß man hat 1000 Leben und ich hab grad mal ein Zehntel davon ja Manuki nicht ha 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 komm her wieder komm raus es wird Tag es wird Tag hau ab echt? ja geil ja endlich jetzt verbrennen die mich fieser da können wir nicht gleich einen geilen Cliffhanger machen werden unsere Helden es schaffen den Clay einzusammeln nee das und viel mehr erfahren Sie in der nächsten Folge der nächsten Serienaufnahme Terror für Morkraft Terror für Morkraft wuuu warte warte Fortsetzung folgt ha 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 meine sehr geehrte Damen und Herren die nächste Folge kommt nächstes ja wieder schauen Au nicht schlagen ich hab gern wisst du das wahnsinn der Falle hat mich jetzt geschlagen das war eher aber nur jetzt geklappt nein das war GAUS nee das war GAUS nee das war du sehr leise ihr wisst dass die ganzen Zockys nicht verbrennen das sind Skelette zu tap sind ne Wasser ja die sterben nicht ah die Skelette sterben auch nicht das ist das Problem ja weil die im Wasser sind gerade nein die Skelette sterben nicht weil die Hüte aufhaben oh ah wir können jetzt hier außen rum gehen dann spawnt da nix komm folgt mir mal folgt mir folgt mir folgt mir folgt mir so will ich das Wasser einfach nur oh 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 Land oh oh Land Land und Leg ich hab ne Kürbis aber ich Alter ich bin der einzige ohne Legs hier ne ich leck jetzt auch fast nicht mehr ne ich leck jetzt auch fast nicht mehr es lag liegt wohl dran dass wir die Welt grad so ein bisschen überfordert haben durch unsere ganze dieses rumgerenne also wir müssen irgendwas trinken aber bei mir was trinken fast leer ja bei mir auch langsam schon wieder ich will der Erste sein nein ich will der Erste sein ich war der Erste weil ich den Clay gefunden hab ja und ich bin aber der Erste der den Clay abbaut hast du ihn? I'm not sure about that ja dann wirst du nicht Rafa Rafa? Haltet ihn auf! Haltet ihn auf! Haltet ihn auf! Nein! Nein! Ja ich hab Clay! Ich hab Clay! Nein! Weil du mich schlagen musstest! Ja? Ich mach uns mal ein paar Getränkfeißer Goldruten Cool Oh scheiße wie ging das nochmal? Ernsthaft? Habt ihr Hunger? Habt ihr Hunger? Achso Hunger? Nö Du weißt nicht mehr wie das geht? Nein! Nein! Ich hab das erste verbraucht! Scheiße! Ich hab das letzte Mal vor einem Jahr gespielt! Also lass mich! Hä? Was kommt denn da raus? Die Clay aus! Hä? Was kommt denn da raus? Guck mal die Fackeln sind sogar ausgegangen! Hä? Das da kommt raus! Hä? So warte mal! Wenn ich jetzt schon das Wiki offen hab dann benutze ich das jetzt auch! Wie kann ich mir jetzt Schaufel bauen? Wollte man sagt jeder Hammer oder was hat jeder? Wie ging denn meine Scheiße? Du hast Not Enough Items und benutzt es nicht! Ach stimmt! Das geht ja auch jetzt ne? Äh äh scheiße! Wie baut man, wie baut man so einen Hammer oder ne? Ich hoffe was ja gerade benutzt das für den das Erde abbauen! Gib einfach mal in Not Enough Items Hammer ein! Da! Achso ging der! Achso! Ah pass auf! Hammer! Ich hab mir auch schon den Krug gemacht! Soll ich den dann uns braten? Ja! Dann brate ich den uns nämlich! Jawohl! Gras! Alte! Kleegras! Wo ist das? Wo ist das Kleegras dahinten? So! Dann gebt mir mal eure Gefäße her dann tue ich die jetzt schnell machen! Gefäße! Da! Kleejack! Du sollst die mir geben und nicht einfach irgendwo hinschmeißen! Ja! Ich dachte du holst die ab! Ich find den Hammer nicht! Was macht ihr denn jetzt da? Wir tun hier brennen! Wir fangen hier an Sachen zu brennen! Und ich baue Clay ab! So! So! Dann brauche ich Stroh! Soll! Dann brauche ich ein bisschen Holz! Scheiße! Warum denn jetzt den Hammer? Ich find den nicht! Hammer! Hammer! Ich würde sagen wir machen dann auch jetzt den Cliffinger oder? Hammer! 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 Ach hier! Ist das ein Steinhammer? Ja! Ah! So kann ich mir angucken! Äh! Fuck! Geh mal da ein bisschen weg! Sonst fackelst du gleich mit ab! Ghost! Ja! Tut nochmal! Es werde Licht! Endlich! So! Aber ich würde sagen wir verabschieden uns heute oder? Ich baue dir jetzt den Hammer! Haar! Hartstahlbahren! Hallo! Eisenbahren! Hallo! Ja ja! Ganz kurz noch! Hammerbauer! Ah! Halt mich doch am Arsch! Brenne! Ah! Fuck! So! Dann stellen wir uns alle hier nebeneinander! Aber wir gingen nochmal der Clayjack! Also das Ding da! Ah! Scheiße! Ich hab grad nicht... Clayjack! Ja! Soll ich noch einen machen? Nee ich will eigentlich... Gib mir mal so 5 Clay bitte! Ich geb dir einfach all mein Clay! Und hier! Claypickmode! Clayknifemode! Ghost! Gib einfach mal her! So viel Platz hab ich auch wiederum nicht im Wind... Wir sind da! Dann mach dir Platz! So! Oh! So! Dann tun wir uns mal hier so schön aufstellen! Vor unserem Feuerchen! Matthias Spitzzeitenton vor hab ich noch! So! Und vor! Dann stellen wir uns mal hier so schön hin! F5! F2! F1! So! Aber! Was aus diesem schönen gebrannten Zeug da unten raus wird! Seht ihr beim nächsten Mal! Würde ich sagen! Wir bedanken uns fürs Zuschauen! Und ja! Dann sag ich von meiner Seite schon mal! Tschüss! Ciao! Ciao! So! Tschüss! 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 Tschüss Leute! Dann... Aua! Jetzt ist es auf so! Dann tue ich den Server stoppen! Die... Stoppen! Tschüss! Tschüss!